Hi Leute und willkommen zu Genshin Impact. Wir gucken uns jetzt den letzten Tag vom Event an. Das heißt einmal noch den letzten Kampf und dann sollen wir mit Dilu quatschen, hat mir eben Paimon schon gesagt. Ähm, für den letzten Tag brauchen wir ein bisschen Kryo-Action-Mäckchen. Äh, da-da-da-da-da, da-da-da-da, genau. Löse Reaktion gefroren aus. Okay. 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 Let's light it up! Was brüllst du hier? Komm. Hau zu richtig. Willst du nicht? Whirling Snow! Ja! Ja! Nö, der hatte keine Lust anzugreifen. Das ist auch sehr merkwürdiges Verhalten von diesen Geo-Drachen-Echsen-Viechern. Manchmal haben die einfach keinen Bock. Die hören einfach auf anzugreifen und bleiben einfach still stehen. Und ich weiß nicht warum. Es sollte nicht an meinem Ping liegen. Der ist gut. Okay. Also jetzt müssen wir auch Gegner einfrieren. Einfrieren. Okay. Lass mich in Ruhe. Zweimal. Das hat nicht gezählt. Dreimal. Könnte ich Gegner bekommen, die nass sind, damit ich die auch einfrieren kann? Weg. Besser. Whirling Snow! Sakura Swirl! I'm a rocks! Hiya! Diana Special! Dann machen wir das halt mit Ayaka so, dass wir mir einfach nur ran sprinten. Das ist ja auch. So. So. My apologies! Shaken and stern! Huh. Scratchdown! Teamwork is Dream! Whirling Snow! Embrace the ice! Das gleiche nochmal. Und dann sind wir durch mit dem Event, nachdem wir damit Okay, ich muss beide einzeln machen, sonst Ja, könnt ihr bitte auseinander gehen? Na, ich wisch beide und dann zählt's nicht Er ist nass geworden von dem Schleim Nicht weghüpfen Drei, zwei Fertig Everybody stand back Burn Whirling Snow Sakura Swirl Okay Das war jetzt natürlich nur so ein bisschen rumgespiele Wir hätten auch gleich noch einen Hydro-Charakter mit reinnehmen können Selber alle nass machen können Selber dann alle einfrieren können Bla 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 Aber Warum? Es läuft eigentlich weg Er hat immer noch zwölf Tage Zeit Das fertig zu machen Also Da muss man nichts übereilen Und jetzt nochmal D-Loop fragen Was hier eigentlich los ist Und dann ist das Event eigentlich schon fertig Ich hatte ja jetzt nur zum ersten Tag was gemacht Einfach Das ist halt immer dasselbe Da müssen wir jetzt nicht unbedingt Sieben Videos zu machen A blade is like a tea leaf Only those who sample it many times can appreciate its true qualities So You're finally back I didn't think you'd be gone for so long Sorry if it was too much trouble That's okay We did offer to help So anyway Is Master D-Loop back yet? We didn't see him at Falcon Coast Sorry I'm not sure of Master's whereabouts either But I did hear that he recently visited Angels After dealing with this kind of trouble Master is always careful to He should be back very soon After all that We managed to completely miss him Oh well Let's just wait for him at the winery By the way Adalind How come you're always standing here at the door lately? Usually Hopefully you haven't been standing there waiting for Master D-Loop Oh Thanks for your concern But I've actually been instructed by Master To meet with some spe- Certain guests may need reminding to stay away for the time being Master hopes that under the present circumstances These guests will keep an appropriate distance from the one- Ah? Well I'm a- That's very kind of you indeed But you've already helped Master D-Loop out a great deal There is one small thing you could do for me though Please take this letter and- There are a few archived letters on that table already Just put this- Is this a letter for Master D-Loop? Yes It's from one of his informants Only Ooh That means we're part of D-Loop Of course Master D-Loop greatly values your French Oh How awful Okay, also kriegen wir keine Erklärung, was das komisches ist Hmm Oh god Whoa There are so many It looks like D-Loop read them just before he left He must have- Adelant asked us to put this one at the top of the pot Guess we'll have to read them to get an idea of when they came in Oh, that's true You're here You move fast Whoa, there he is What are you agonizing over? Miss Adelant asked us to put these letters in a pile And we can't tell which order they should go But It's your personal mails There's no need to be nervous And I can see from the looks on your faces that they've grabbed your interest These letters deal with events that are past and gone I only held on to them in case any I just dug them out to confirm a few details I've been following some rather unique developments recently You were involved in the events in question anyway You can read them if you want to It's not a bad thing Hey, that's a good point Actually, you kind of smell like wild mountain fruit Very perceptive Yes, I'll fill you in later No fair We still have some super important things to All right Let's just sort these Well, since he said he doesn't mind What's that for? What's that for? So long is that Briefpapier Bestimmt nicht Ha, I'm not sure what this one Shall we read another one? Du kannst nicht mal raus Tabben, weggehen Du musst das alles durchklicken Junge Das ist ja Du hast nicht mal die Option Nein zu sagen Maybe you're right Du kannst dir Okay, dann, lasst die Letters in den richtigen Ordner. Wenn es eine Sache gibt, ist es dass Master Diluc hat eine ziemlich... Nicht nur wurde er verstanden von den Knights of Evonius, aber er hat sich all kinds von anderen... Oha. Läuft jetzt in der Story immer so rum? Ist es ein Problem? Master Diluc, du hast wieder deine alten Outfit, und du hast versucht... Du hast so... Form... Old Outfit? Du hast es schon gesehen? Ja, es war wegen der Leiline Anomaly. Das war dein Vergangenheit, richtig? Hm. Ich bin froh, dass es so eine Anomalyse gemacht hat hat. Du kannst uns erzählen, was passiert dann? Warum hast du kämpft? Die Same reason as ever. Just stopping another Abyss Order. They launched an Offensive on several fronts at once. Unfortunately for them, we were fighting in an area on Falcon Coast, and everything was recorded by the unusually active Leilines. They must have become unstable again recently, causing them to let out all kinds of information from that time. For starters, you only need to deal with the monsters, and the Leiline deposit will stay dormant, as long as it isn't disturbed again. On the other hand, if I'd done nothing at all, the Knights of Favonius would have taken over straight away. Knowing how... Wouldn't that have been a good... Depends. Most of the Knights are away on expeditions, so they don't have a lot of people to spare. If the Leiline Anomaly was just a diversion tactic, the Abyss Order could have been poised to attack somewhere else in... But anyway, I have no interest in talking to the Knights of Favonius. I prefer to get to the bottom of... And it was easy enough for me to find out the Abyss Order's plans. Take a few Abyss Mages hostage, and they soon start talking. As for the Knights of Favonius, I've sent someone to enlist their cooperation where it's needed. It's their job to handle situations like this. They ought to be present when things come to... I don't like working closely with the Knights of Favonius because of our differences in philosophy. But that doesn't mean we can't watch each other's backs when it... Whoa. Seems like you have even more control over things now than... The best way to deal with any threat is to utilize all the Force at your disposal. Anyway. Thank you for your help. Adeline brought me up to speed with everything. Great, yes! The packaging is so fancy! This is my personal favorite grape juice. Made of the highest quality grapes. I happen to have an unopened batch, so I didn't know you were such fans of grape juice. Next time you want some, don't bother waiting for the discount. Just go down to the cellar and help yourselves. It's on the house. Woohoo! Paimon's gonna tell everyone we meet that we're VIPs at Don Juan. This one bottle must be worth at least like 50.000 more of them. And he gave it to us for free. Thank you so much, Master Diluc. Hat Paimon 50.000 gesagt und er stand in Deutsch 10.000 da? If you're free tonight, you're welcome to stay for dinner. There are, however, a few things I need. Yes. Pass. Though I had my suspicions at the start, everything I've come across so far in my investigation suggests that the Abyss Order was not behind this. Since this arose from natural causes, it's time to wrap things. Um, so what should we do? Right, sure. After all, wait, no. Uh, what was it? After all. Well said. In that case. Okie dokie, Captain Pyro. You can take it. Come on, let's go. Ja. Jetzt müssen wir doch nochmal was machen. Hä? Ja. Ok. Ich dachte, wir machen einfach nur den letzten Kampf fertig und dann ist alles vorbei. Aber anscheinend kommt da noch was. Oder das Ding geht jetzt einfach zu oder so. So nicht. Diana Special! Ah, ja, Erdwolf's Gravestone. Dawn, break forth! Wir fangen an. MindenityKEcken. TUMATımız ist so schimmendes climate sociales. Pew-piew! Juh-piew! Juh- pursuit! Juh-puh! Juh! 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 Juh-puh! Juh! Juh-puh! Juh-puh! Okay, und damit wäre das Event Zwist im Verborgenen dann jetzt fertig. Ähm, na, wie gesagt, war eigentlich nur ein Event dazu da, um Deluxe Five Star Kostüm ein bisschen zu teasern. Ähm, Belohnung war okay. Ähm, diese echt schweren Kämpfe beim Level 95 Gegner. Ja. Ja, ich hoffe ein paar von euch haben es geschafft, aber ich habe die gar nicht erst weiter versucht. Warum sich da so ein bisschen für abmühen. Für so ein paar Erze, die sammle ich einfach, gehe zum Schmied und fertig. Ähm, und dann sehen wir uns am 4.8. für das nächste Event. Bis dahin, ciao Leute. Und so haben wir noch mal gedacht. Untertitelung des ZDF, 2020